Die Geistermesse An jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag zelebrieren in Großadel tote Priester zwischen 23 und 24 Uhr die Geistermesse. Wer bei dieser gespenstischen Handlung zusieht, bekommt einen solchen Schlag ins Gesicht. Er erhält eine Narbe, die er zeitlebens nicht mehr los wird. Einst wollte ein Bauer seinen Nachbarn davon überzeugen, dass er immer an der Geistermesse teilnehme. Der Nachbar hielt dies für pure Prahlerei und verlangte zum Beweis dieser Behauptung, der Bauer müsse die Bruderschaftsfahne durch die verschlossene Kirchentüre bringen. In die Kirche kam nämlich nachts nur, wer mit den Geistern durch die Tür hindurch geht. Tatsächlich lehnte am nächsten Morgen die Bruderschaftsfahne vor der Totenkammer. Beim nächsten Umgang gingen auch die Schutzengel der beiden mit. Der des Bauern, der immer an der Geistermesse teilnahm, ging als letzter, trug ganz zerfetzte Kleider und weinte herzzerreißend.